hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf der grünfelder land gerade bei der besichtigung vom metzger also ich bin ja überlegen dass wir uns nochmal erweitern was mit dem los kann heute fahren also die ganze woche noch nicht was auch ich muss eine story erzählen ja du kennst ja bei mir am feld ist bei der kartonbude bei der fischerei da ist ja der feldweg da könnte er volles rum im auto angeschossen und heizt volles rohr in mein feld rein frisch angesäht die komplette ansaat umgepflügt und dann fährt er weiter rutscht den hang runter und rutscht fast noch mal in das feld rein was mit dem los hat er zu viel getrunken okay sieht soweit ganz gut aus was kosten das ding moment warte für tiere nimmt das ding hier und schweine okay schafe auch momentan glaube ich noch aber bald nicht mehr und abgeschafft werden naja bin ich da mal rede ich noch ein württchen mit 75.770 75.000 jetzt haben wir so viel stroh verkauft jetzt steigt der preis 75.000 muss ja noch 12.000 verdienen okay aber guck mal komm mal mit guck mal hier ja denkst du die silo ist gar nicht so stehen lassen die fallen ja bald um da müsste was am preis machen muss mit der stadt reden ja ja mach mal also wie gesagt die muss ich ersetzen ja von dem her brauche ich da einen anderen preis habe wenn ich mir zwei neue hinstelle kostet es auch noch mal 10.000 oder so gut ansonsten sieht es ganz gut aus gibt es da noch interessenten was los hier keine ahnung alle am schlafen gerade oder was weiß nicht was los ist meine herren haben wir hier so viele produktionen angeschafft beziehungsweise gibt so viele produktionszweige hier und keiner kriegt seinen arsch hoch vor allem ich habe das gefühl seit ich aus dem gemeinderat ausgetreten bin ja seitdem ich da raus bin ich ja noch nicht lange na ja eben aber seit ich da raus bin ich sage dir daran liegt wer ich nur drin blickt hier drin geblieben okay es sieht ganz interessant aus und paletten tieren was kriegen wir ja wurstfleisch dönerfleisch machen wir aus immer halal ja klar super das ist schon mal ganz gut ja ich lass mir das durch den kopf gehen sieht aber für mich ganz vielversprechend aus weil der der schneider der ist metzgemeister echt ja ganz ruhig mal nebendran sitzen der ist mit gemeister und das wäre ganz gut ah ja hast ja ein nettes der sich auskennt naja eben wo fahren wir nicht hin rechts und dann wieder rechts ja da gibt es ja noch was zu kaufen wie schaut es denn aus links rüber einmal was hier steht die kuh naja die macht nur hier mal noch den schreiner wo hier vor uns direkt wenn sie auch mal her zeigen oder hast du schlüssel ja nochmal riesen schlüssel dann deshalb sieht die hose so weit unten ja okay schreiner was kann man hier machen ja da reinschmeißen packst du hier stoffe rein und dann kannst du möbel machen und särge oh brauchen wir auch okay ist das ein massives dach hier ja da kannst du drauf gehen okay okay oh jürgen oh mensch komm runter ich glaube ich habe meinen knöchel verknackst oh ne ist irgendwie ganz dick oder ja mist stütz mich mal morgen beginnt auto ja warte ich kann nicht so schnell ja passt aber warte mal ich glaube da war eine kühlbox im auto oder ein bisschen eis vielleicht drauf jetzt wollte ich mal auto fahren und dann sowas aber weißt du was ich setze mich hinten rein mach das wenn ich das bein hochlegen leg dich schön hinten rein so hier haben wir eisbrei warum hast du eisbrei im auto für die schlechten tage ah Mist aber warte erzähl mir noch was über 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 und dann äh was mach ich mit den särgen ja die kannst du dann äh hoch zum friedhof bringen das macht sinn ähm und ja und die möbel die kannst du beim ähm edeka verkaufen ja je nachdem wo sie halt grad gut sind mhm ok ah die kommen dann hier vorne raus platten ok willst du noch einen bäcker sehen tja wenn ich den vom auto aus angucken kann ja ganz ruhig hier ist die bäckerei ah ok kannst du schön brütchen herstellen ah hier ist sogar offen äh gibt's gehört das schon jemanden ne ah können sie mal auf die andere andersrum hinfahren ich seh nix ist nix ja ich muss doch mein bein hochlegen so hier mhm weizenmehl weizenmehl trockenmehl ok also weizenbrötchen kannst du rauskriegen mhm so an sonnenblumenbrot und rundenbrötchen produziert das ganze hier ah hier packst du halt die verschiedenen Mehle rein paletten braucht das Ding mhm mhm und was ist hier hinten hier hinten kannst du dann die Mehle rein kippen hier mohnsamen und sonnenblumenkerne mhm aber mohn und sonnenblumenkerne sind kein Mehl gell jaaa komm ok so so und hier draußen kannst du dann an die Wasseranschlüsse Wasser rein kippen mhm aber nix ne so kannst du schön Wasser dann bringen dort auspasst du ok hier kommen die ganzen Dinger raus ja aber da habe ich eine Haufen zu tun ja ich glaube der Metzger ist ganz gut im Moment ok dann bitte nach hause nach hause mhm oder ne warte mal beim Viehhändler steht noch dein Johnny mhm doch noch fahren ja aber auf dem Traktor habe ich mehr Platz für die Füße oh ja kannst ja mit dem Joystick fahren ja eben vor allem kann ich da mal nur mit der Hand fahren oh mein Herr irgendwas müssen wir mal tun dass mehr Leute in die Gemeinde kommen ja mach mal einen Blinker aus raus so weißt du ich hab ich hab so viele Paletten auf Lager aber ich krieg die nicht los das ist unglaublich ja wo lagerst du denn die ja pff ich produziere grad nix mehr so das ist schlecht ja was soll ich denn produzieren wenn alles auf Halde liegt wo stellst du die jetzt immer hin? ja noch nirgends die sind einfach bei mir auf dem Hof oder halt in der Produktion Kartonwerk steht voll da stehen 10 Kartonpaletten in der Produktion sind noch 10 Stück drin die können nix mehr machen Leerpaletten genau das gleiche da sind glaube ich auch 15 Paletten oder 20 20 Paletten oder so da steht alles voll aber kann nix machen äh kannst du mir das Auto noch heim fahren? ja supi ja ja warte stopp nicht so weit weg geht dort ja ihn schon oben gut tschüss 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 gut ähm dann werde ich mich wohl jetzt noch ähm ich muss mal gucken Dünger was ich an Dünger und Saatgut noch hab weil dann muss ich vielleicht zum Neumann hochfahren zum Neumann und dann noch ein bisschen äh Zeug kaufen muss ich gleich mal gucken muss ich gleich mal gucken muss ich gleich mal gucken warte mal ja doch so lass mal oh doch wir haben noch Dünger yo Dünger haben wir noch 10.000 und Saatgut und Saatgut auch noch was hätten dann wäre es ja optimal ne haben wir nicht ähm hallo wie ist der Neumann jo Neumann was ist denn bei dir heute los immer du am Telefon was denn los doch keiner da sonst och ne ich hab weißt du ich hab's grad schon zum Jürgen gesagt ey ich glaub das liegt daran dass ich kein Gemeinderat mehr bin ja das kann sein ja sieht komisch aus ich bin kein Gemeinderat mehr ja nix mehr los hier äh aber du äh kannst du mir Saatgut liefern hm wie viel so 10.000 ja kann ich das wäre optimal einfach an Hof in Silo einfach Hof Silo ja ja ich muss grad Drehschemel fahren sehr spannend Drehschemel fahren Drehschemel fahren Drehschemel fahren Drehschemel fahren ja Mist ey das dritte Mal schon korrigiert das gibt's ja nicht so jetzt aber schön gucken dass die Deichsel immer passt ja ja jetzt passt's äh gut dann danke ich dir recht schön bis bis denn mal bis denn tschö 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 so gut äh halt Dünger Dünger Düngerstreuer hat man auch mal irgendwo einen Drehschemel fahren ah hier jetzt sagt der Tank können auch mal tanken hier Drehschemel fahren äh Drehschemel fahren Drehschemel fahren Drehschemel fahren das sollte mal auffüllen die Klappe zu so dann äh bedanke ich mich euch bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da und morgen geht's ans große Düngen bis dahin macht's gut Tschüss